ein herzliches trin serino und wir begrüßen euch zur folge 35 minecraft build project mit dabei heute der evin und der wir ein herzliches hallo hallö schön hallo machen macht den weg mal hier ja mal frei der weg wird steigend schwer und so ist so eine lüge ja so du siehst du hast ja schon einiges getan nur am hauptprojekt ist noch nichts getan worden gesteckt wir haben jetzt die belohne zusammen entkündigt zwei stück also verhungern tun wir jetzt nicht mehr so jetzt können wir am projekt arbeiten twisten und rum warte mal ich mach dir das noch zu ja wie komm mal her mach das mal hier herzliche steine die du noch hast ja ich hab auch steine dann können wir am projekt worum was soll ich machen das hier 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 nein 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 oh gott weg soll einfach so bleiben ja ich würde es nur zu machen zu machen ich bin einfach die verdammte steine her wie meinst du ja wort der fang hast du das weg gemacht oder was das war bis dahin aber schon gemacht ne ne da war noch nichts so jetzt mal überall ausleuchten dann leuchten wir einfach alles aus die trunen kommen später die restlichen trunen kommen wir ja nach und nach wenn wir also eine truhe brauchen kann kann man sich dann nicht denken ab der zweiten reihe nicht oben aber egal weil ich wollte sie unten haben damit die mittlere ebene komplett ausgeleuchtet ist so hier oben auf zum projekt hast du dir jetzt gedacht wie wir da hinten jetzt warte mal so so hab ich mir gedacht das hier muss ausgehöhlt werden siehst du das alles raus alles raus ja bis die plattform unten drunter das ist ja teilweise schon gemacht worden oh gott es geht halt darum dass wir hier diesen platz bekommen damit wir anfangen können das dann noch die außenfassade mit glas zu verkleiden da kann einer mal dann doppeln oder ne ne erst mal aushöhlen das wichtigste wir können nicht mehr arbeiten gleichzeitig aussehen könnten wir schon aber wir machen es nicht wir brauchen hier mehr licht und das live fährt muss hier mal weg ja dann töte es einfach so tut mir leid fährt aber aber oh ja du brauchst wirklich hier mehr licht alter ich habe eine chance dass ein creeper kommt licht wieso wieso das ist ne praktische sache muss ich nicht mal die ganze zeit tnt äh tnt die ganze zeit spawnen lassen boah das wäre übelst geil wir müssten tnt eigentlich überall hin das tnt bauen ich baue mir jetzt tnt jetzt nochmal hast du ahnung ich habe noch nie tnt gebaut jetzt fisch mal kurz ich bin kurz mal kugeln wir brauchen bestimmt gunpowder brauchen wir ja gunpowder sand und gunpowder sand und gunpowder ja dann holen wir sand und ich hole das gunpowder hast du noch wasches dabei ich habe hier noch 2 schwarzpulver drinnen bei mir 2 stück boah wir brauchen mehr als das hier ist feuerstein gucken wir mal ob wir oben noch irgendwo haben so an den drohen ich habe jetzt sehr viel mit creeper jetzt gucken wir hier schnell mal ein paar creeper jagen wir brauchen auch noch sand dann hol mal sand und wir sprengen das ganze ding in die luft mir scheißegal ausbessern kann man ja danach mit so immer mittelschlägen ja Wolle drinne hast du noch eine ländertruhe irgendwie ja du hast noch schwarzpulver wie noch 2 und können 4 basteln also wie viel sand müssen wir äh brauchen wir sonst geh ich nochmal gunpowder holen irgendwo wir brauchen 5 gunpowder 5 stück insgesamt für 1 tnt genau er hat ein shellock wo soll ich denn jetzt bitte creepers finden nicht mal nachts brauchst du gunpowder oder was ja hast du welches äh ich muss erstmal hier aus meiner ecke rauskommen und dann kann ich dir glaube ich geben na ok danke weil wir wollen den berg in die luft jagen lieber und hier einfacher für uns ist schneller ja als das alles abzubauen und wenn du es vorstellst muss ja noch 3 mal gemacht werden nix liegen geblieben oh man ich hab grad nen fieber in die ko geschlagen ich muss die level auch wir brauchen Verzauberungstisch und alles mal sehen mal sehen so dann geh ich jetzt mal reinfahren oh leckung mio alter so ich hab keinen Platz mehr wen brauchen wir das brauchen wir auf jeden fall nicht ok doch nicht so gut ähm ich hab nur 5 nur das reicht können wir 2 TNT basteln oh ja super können wir 2 TNT wie so ich geh erstmal hier diesen N12Q also in diesen ursprünglichen wo soll ich eigentlich am besten das hinlegen äh einfach wenn du einer der Thron von uns also irgendwie nur an mir ok Don Moment hat auch mal mitgemacht äh Don und der Ingoli haben auch mal mitgemacht in einer Folge also in 5 also warst du auch nicht dabei oder? das weiß ich nicht äh wenn es in den letzten paar Tagen passiert ist dann ja dann war ich nicht da ja aber das war nicht in den letzten paar Tagen ja in den letzten Wochen meine ich ja dann auf jeden Fall hier Erde rein 3 TNT 3 TNT damit nennen ich hab halt nur 4 Guns brauche äh hol ich mal schnell die wieviel Sand also brauchst du 5 insgesamt Sandpowder und 4 Sand und wieviel TNT kriegen wir raus? 1 oder? werden wir trafen scheiß scheiß ich nehme mal das Redstone aus deinem Teil mit Elving ja nimm raus ich guck mal ob hier jemand noch Gunpowder ja hier hat jemand noch nimm mir das jetzt Leute sorry ja hier hat jemand noch Gunpowder der hat ne ganze Eisenrüstung drin und 47 Eisen das lass ich aber drin das ist eine kleine Drohe hab ich nur das Gunpowder raus TNT zu basteln so Elving ich hab 18 äh Gunpowder wir können also 3x TNT basteln ich geb mal her ich bau mal auf dann machen wir jetzt mal diese Folge mit 1 Kaboom ähm genau sind wir also brauchen wir irgendwie eine Redstone Schaltung um die in die Luft zu jagen ja also müssen wir einen Hebel machen und Redstone habe ich dabei Redstone wir brauchen lieber einen Hebel oder das ist die irsicherer und müssen die Luft zu jagen Wir sind die Sprengmeister, wo bist du? Ich geh jetzt grad runter. Geil. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir das hinbauen. Warte, ich geh jetzt mal Essen holen. Ich schütte es in der mittleren Ebene, wo wir reinstecken. Wir müssen erstmal... Oder wir bauen es hier irgendwo rein? Also hier? Auf hier mit. Dann gibt's gleich eine riesige Explosion. Also wir bauen es hier rein. Hier... Auch? Ne, noch nicht. Oh Gott, dauert noch... Abends, durch die Arbeiten. Ich muss da hoch, ich muss mal schauen. Oder was? Haben wir hier noch ganz Pau da? Nein. Habe ich schon nachgeschaut. Aber hier haben wir Setzlinge. Was? So, Kuschel, du bereit bist, Eivin. Kaum bei, Eivin. Hast Wettstone und Hebel, ja? Ja, hab ich alles. Okay. Okay. Also wenn du Essen brauchst, wird, kannst du dann zur Melonen Farm gehen. Dann wirst du mittlerweile etwa schon drin sein, oder Eivin? Ja, das geht. Wo bist du? Hier, ich komm jetzt runter zu dir. Wir jagen das Ding jetzt in die Luft. Okay. Ich brauch drei Orte. Oder erst mal jagen, machen wir mit einem erstmal. Schauen wir, wie viel wir in die Luft jagen können. Ich leg das hier oben rein. Wo? Alter, wenn hier kein Licht ist, sehe ich. Hier, hier. Da. Genau wo ich hier bin. Weg, 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 weg. Weg. So. Ja, ich muss das mit Wettstone verbinden, Begrottel. Hä? Ich brauch jetzt einen Wettstone hin. Hier, so. Wollt weggehen. Wir hätten viel höher reinzubauen müssen. Scheißegal, wir gucken es jetzt. Okay. In 3, 2, 1. Zu kurz, da muss ein Repeater rein. Habe ich ganz vergessen. Wir stecken nicht da vorne. Machen wir eine Wand hin. Ach, scheißegal. Sorry. Das ist ja ganz leicht in die Luft gerufen. Ja. Ja. Hat etwas kaputt gemacht, ja. Oh Gott. Wir hätten nicht irgendwo rein tun müssen. Dass es einfach nicht runterfällt. Warte mal. Mach mal. Mach mal da Licht rein, alter. Das geht gar nicht. Ja, warte mal. Ich tu. Jetzt Licht rein. Nein. Ja, noch nicht. Ja. Okay. Äh, bessere Idee. Wir tun das da irgendwo drinnen platzieren. Hier eins höher und äh, in der Mitte. Weiter mit. Wie viel hast du? 3 Stück, ja? Ja. Einfach mal da hier in der Mitte rein. Ja, mach das mal. Vorbereitend. Ich tu das dann mit der Redstone-Leitung. Ne, du weißt, das fällt ja wieder runter. Ja, das fällt, baue ich dann nebendran. Warte. Wenn ich fliegen kann. Unten drunter baue ich jetzt. So. Ne, ist das? Warte mal. Hau ab! Du hast es gezendet? Ja. Alter, haben sie den Sprengradius verringert oder wieso ist das so scheiße? Ist das jetzt kaputt geworden? Ja. Wurde eigentlich der Hebel hinten, den wir hatten? Weiß es nicht. Ne, du darfst nicht an der selben Stelle. Machst du weiter hinten, links. Bei TNT nicht mehr. Ich glaube, wir bauen das nun mal ab. Wir müssen mehrere machen. Hast du noch? Wie viel hast du? Einen. Ich lass noch einmal Party machen da raus. Ich brauch mich schwarz, Alter. Wie gering der Sprengradius geworden ist. Der war früher, glaube ich, größer. Komm, ich mach's mit dem Button. Okay, den letzten hast du dann sprengen. Hast du nochmal einfach nur berührt oder was? Einfach nur auf den Button oder auf den Hebel drücken und dann tut das zünden. Wo ist der Hebel? Ja, der ist weg. Und du stellst es genau dahin, wo es im Loch ist. Ich wollte eigentlich nicht weiter drunter. Aber... Ja, da ist doch ein Loch schon. Da sprengt es nichts mehr. Ja, ich weiß. Da musst du ja ein anderes Loch suchen, wo wir noch gar nichts gesprengt haben. Das klingt logisch. Ja, das ist aber. So. Hier. Drück drauf. Obwohl. Aber dann bräuchten wir eigentlich mehr. Ja, deswegen... Aber wir haben jetzt... Es ist dunkel erwiesen. Also jagen gehen. Wir brauchen Gunpowder. Ne, das war eigentlich unnötig. Wir fahren ja wirklich mit Spitzhacken schneller. Ja, deswegen meine ich ja auch. Aber erstmal gucken, ob... Es ist kein Mond, den wir haben. Ne, es ist kein Mond. Ah, Spöne. Alles stimmt. Lass einfach weiter abbauen. Wir hatten sehr Spaß gehabt. 3 TNTs. Wir werden auf die Folge K. Boom. Oh, wie einfaltreich. Wurst, wurst. Wir gewünssten Kreativität zu freien. Ja. Dann hätten wir nur mehr. TNT. Tom, kann man Schwarzpulver selber später herstellen? Bin geschnallt. Nein, ich bin geschnallt. Ciao. Na, warte was, ich geh mal kurz rein und baue mir ein paar Eisenspitzhacken. Hast du noch Eisen oder was? Ja, ich hab noch ein bisschen was. Ich arbeite hier schon die ganze Zeit mit der... Kleinvariante. Ich brauche ein halbes Jahrhundert, bis ich fertig bin. Ah, jetzt hast du meine Sticks, ey. Hab ich noch Holz? Ne, natürlich hab ich kein Holz. Hol dir auch Holz draus. Ton. Ich glaube, ich geh wieder oben rein. Ich hab schon wieder keinen Platz in der Tasche. Dann gestrug gleich mal das ganze Steinlager. Ach, da ist ein Kraftingblatt. Wohl schon, Alter, haben wir hier... Wir haben hier so viele Truhen, aber kein Kraftingblatt. Und wie auch, wenn ich nicht die Kraftingblatt habe. Ich will einen Kraftingblatt, aber nicht. Warum haben wir hier... ... eine Tür gekügt können? Das war eigentlich scheißegal hier. An der Stelle. Ich könnte mal unsere... ...Bücher fahren. Bücher haben wir dann genug produziert Wir brauchen hier noch eine Drohe für Zucker Oder haben wir das irgendwo? Ne haben wir nicht Könnte aber bauen Ah hier ist Feuer Darf ich das benutzen? Wenn er nicht steht Dann kannst du hier Zucker reinbringen Dann tu Zucker rein Hä? Wir hätten das hier kaputt gemacht Ich weiß nicht Oh Zucker Zucker ja Zucker So die Folge ist jetzt auch vorbei Können wir den Server wieder WTF? Kommt wie ist Backen rum? Na das... Wo ist das Holz hin? Oben? Ja hier Das Ding produziert noch nix, alter Und das andere? Nein wir sind fertig gell Für die Folge Folge ist fertig? Ja Das war die Explosion oder was? Really? Ja ja Ich bin fertig ich bin ein bisschen dran Okay Das war eine weitere Folge Minecraft & Project Ich bin irgendwie geschockt dass es so schnell vorbei gegangen ist Ähm 35 war das glaube ich jetzt? Ja Dann wird es fertig Wir wünschen euch noch eine schöne Woche Und einen doppelten Abgang Wir sehen uns demnächst Tschüss Tschüss Ciao Check this out Outro